Beheideh HaShem, Yushaum ishvi ishdaafnunalef, meh stehendafnun no mit Beis, im Mittendomit, wo sehdaah Pintaleh, der Gimor zeltahmeiseh, Ule Baayi Shmuel, Ule Baayi Shmuel, b'shemra b'chinnah dezelt, also amal es Rebi, virebiyoissi, 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 zehnen gekommen zu Akoi, Rebi virebiyoissi, 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 und zaztot, wazہ setzedev virebiyoissi, wazertech deich Mishni mische, ima zichcesgitt, also Akoi sezba dit geול anzbo ش virebiyo bootsi, Kochen uns auf ein Teppel von Jerokes. Jetzt lassen wir uns auch die Mannen, wenn wir gerade noch etwas in der Mischen sagen, wir werden ihnen sagen, wir können nicht essen gleich, wenn wir nach Schminis Jerokes, erst wenn wir noch nicht essen die Jerokes, nachdem wir schon dort bekommen, von Schminis, dann schauen wir uns noch nicht, wenn wir noch nicht essen die Jerokes. Rebbe hat gehalten, wir können eben gleich. Das ist wichtig als Rebbe, wir haben gerade gelernt, die Siebe, weil in den Zeiten von Rebbe hat mich gelöst, dass die Jerokes, die Jerokes, und die alle haben übergenommen in dem Schok, und sie waren als Ruh, sie waren von Kutzloritz, und sie sagten, wir können alle in der Toilette sein, aber du kaufst das gleich auch nicht, bis nach Schminis, dann sagen wir, bis nach Schminis, merkt man auch nicht, wenn sie von Kutzloritz haben, das ist ein Ruh, der Ruh ist ein Ruh, und der Ruh ist ein Ruh. Das ist ein Ruh, das ist ein Ruh. Aber es ist ein Ruh. Aber es ist ein Ruh, der Ruh ist ein Ruh. Das ist ein Ruh. Sie haben auch Ruh. Die Jerokes hat sich gesagt, auf dem Ruh ist ein Ruh. Die Jerokes hat sich gesagt, dass wir die Jerokes haben, aber die Jerokes hatte, der Ruh ist ein Ruh. Und der Ruh ist gesagt, der Ruh ist ein Ruh. Ich habe die Zeit, dass wir immer wieder Jerokes haben. Das Ruh ist ein Ruh. Das ist der Ort der Schattenrache. Aber in der zweiten Ort, in der zweiten Ort, in der zweiten Ort, der sich mit dem Doktor besitzt. Das kam hier mit der Schattenrache. Und in der Schattenrache ist eine Gesundheit. Die Schattenrache ist nicht gut für die Brüe. Das ist hier in der letzten Ort. Das ist in der 6. Pferd. wegen rohe hierrokken, kein Schatten, kommen wir nicht. Und in einem Ereven steht euch das sagt, es ist ein Talmacht von Schwulen, wir wollen nicht sagen hierrokken, aber wir lassen besser Bosse, um ein Tarnagor, weil es nicht gesund ist. Das ist der andere Pschad. Aber auch hier, ein Rebbe mit Zeigen gewöhnt, also hat er sich gesagt, es ist ein Talmacht von Schwulen, weil er will sich nicht schwimmen mit mir und auch kochen hierrokken. Aber die Gemara sagt, als der andere, das heißt, es ist Rebbe Yosei, Rebbe Yudu, was er da gewöhnt, hat er besser gesagt, gedungert, in Masber sein Rebbe Mone, immer noch ein Rebbe Yosei, bei Rebbe Yudu, hat er besser gesagt, für Rebbe, oftmals mit Pesach, so ein Schmuel einleit. Ja, es ist oft nicht das Talmacht von Schmuel, weil Schmuel hat echt nicht gehaset, es geht um die Jürgens, gleich wie es in die Stadt, weil auch die Jürgens leben, mit dem Gott. Es ist ein Teil nicht, aber es ist ein Talmacht von Schmuel. Ja. Es ist ein Talmacht von Schmuel, weil Leute Schmuel hat mir auch gemerkt, es geht um die Jürgens da, Jürgens da, weil es ist, oftmals in die Mitte, in die Jürgens da, aber in die Ola Jürgens da, es ist ein Talmacht von Schmuel, es ist so, du weißt doch, was ich will nicht kochen Jürgens, und wenn man arbeitet, du talmest mit Talmidot der Rebbe Yehuda, weil man hat das Talmidot der Rebbe Yehuda, und eine Rebbe Yudah halt, also da ist es, viele Jürgens da, es kommen von Schmuel. Der Rebbe Yudah Amar, die Jürgens da, also bis vor der Jürgens da, in die Stadt, in der Ola Jürgens da, viele Jürgens da, in der Ola Jürgens da, als er noch nicht mozli, genoog Jürgens da, die Jürgens da, die Jürgens da, die Jürgens da, die Jürgens da, wo es kommen, wo es kommen, wo es loht. Es kommt so, es hat das Geasset, weil er gehalten, wie Rebbe Yehuda. Wenn er noch gehalten, noch in die Schmuel, wo es noch gemäck, aber Rebbe Yehuda hat gehalten, es da, es sich hafüller auf dem. Die Jürgens da, die Jürgens da, in der Maize, wenn er noche, die Jürgens da, die Jürgens da, kommen zu Rebi, Tenei lei uvde, hat Rebmona dem Mann für Rebi die Meister, also ich pflegt den Schwellen geben mir Rokis, und hat gesagt, das Siebis, wo er gehalten wird, Rebi Ude, einmal leit Rebi ihm gesagt, Zerich habe ich so oft mit Kavesson, wo es g'dav ton, ja, so wie ich heute geheißen, vavos, weil mit dem was das er so wie ma'a, begweb am Achloikis, b'Yisrael, also ich heiz do ton azoi, wo es g'dav z'achfieren azoi. Ja, der Rashi Liri sagt, Oissa Zorich, wo es g'dav z'achfieren, 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 Ja, deszog die G'meure weite, Estat im Mesech, als der Rameshne, tamontaninenun, azebe menschen, z'achg ge'asr, zu essen jerek, annoidim in a jerek, mutter b'yarkais a sode, d'shist, miszog an az jerek, meint jerek, was vakszten, nagino, miszog an az jerek, was vaksz in die wilde, Das heißt nicht bei Menschen. Wir kommen bei den Feldern. Das heißt, man will. Wir sollen nicht nur ein Wort jräg werden. Aber wir sollen nicht mehr jräg von dir geben. Wir sollen nicht nur ein jräg werden. Das ist die Wahrheit. Das bleibt. Wir sollen nicht nur ein jräg werden. Wir sollen jetzt nicht nur ein jäger sein. Wir sollen nicht nur ein jäger gehen. Man muss nicht nur ein jäger sein. Man muss nicht jäger gehen. Das ist noch nicht egal. Man muss sich nicht mehr wissen. wo asabbe jterk fester ist und wie hübsch der jterk fester ist als wir hier sind das jterk fester ist wenn er nicht mehr gibt es nicht mehr ob das jterk fester ist wenn ich Menschen sie nicht verbringen aber was gesagt nicht? also gibt es noch mehr jterk fester wenn sie jetzt mehr mit jterk fester war sie nicht mehr Also, wenn man ein Jereg verwendet, ist das Teil der Zerbaut, der Jereg von der Sode. Ja, das ist nicht so, dass wir uns verstehen. Also, wie man mit dem Jereg verwendet. Sei bei Gino, sei bei Sode, sondern es ist nicht so, sondern es ist so, dass man sich nicht verwendet. Der Pädes wächst von sich allein. Normalerweise, wenn man sich nicht verwendet, ist das Pädes. Aber Jereg, Jereg, das ist nicht verwendet. Das ist... Das ist so, dass wir uns nicht verwendet, was steht später und man sagt Sachen, was sind nicht mozli als Menschen sollen uns einpflanzen dort und nicht doch in Gesehde es ist doch zwischend in den Motoren also es hat man später es ist doch let's Sachen, was du eigentlich mag man essen aber es ist mozli es ist sach weniger in der Gine aber es ist auch in der Sode in Schwyz was das meint in der Jakob Sode auch ich beginne Rebben 1.1 Tony Rav Crispo in dem Namen Rav Chanani von Gamliel und Amar Teimer das heißt er hat gelernt an den Preis Rav Crispo und er hat Masbig was hat der Masbig gegeben also in der Preis steht ein Indian was ist seiab halloche und das ist Masbig die Neschoma von die Friede halloche also das steht in der Preis als Besschwyz meint Jerek Iyarko Sode auch haddo de Thema accele hitere beil hobe Jerek mu chutz lorez lorez demult ist Takke nicht ist schronisch mozli Iyarko Sona Gine ist gesagt er ne bin Jerek aber meseh hitere beil hobe Jerek mu chutz lorez Sode K k k k che gino es mer g schmack edel roi le machel uch sode is bitter mensch na es se sch sch ch es muss das ein unbespieses sein, sie können die Gesagte sagen dass Jungs von der Sode normal ist das Einzige. Ich bin gesagt, dass es sicherlich gibt, dass es das einbieter, dass es nicht so gut kommt, dass es das Einzige ist. Es ist das Einzige, dass es das Einzige sein kann, wo wir die Schwicht abgeben werden? Nein. Es sollte ein wenigstens sein, weil es gibt nicht so viele Verkaufm着, sondern wir brauchen die Schwicht. Es ist ein Mensch, das sieht nicht aus. Oder wir brauchen das Einzige Frêmisch. Sie können das einbieter. Es ist ein Schnaß der Schwie, es hat das Memeile von der Oichel. Und auf dem sagt man, das ist alles, dass es die Rebbe hat, zu bringen die Röcke zum Kutzloitz. Und dann muss man sagen, dass es genug ist, mit der Urschel-Sode. Aber wenn der Rebbe hat, der Schwie ist, die Urschel-Sode, und weiter, Urschel-Ginnes-Givor und Motzoy, und Menschen, wenn man nicht essen, Urschel-Sode, wird es schon mal gebeten, wo man hat. Und so geht es Ihnen weiter. Die Schnaß ist ein Schwiebel, die Urschel-Gitarrühe auf der Hemmstech der Mischen. Die Mischen haben gelernt, dass man natürlich nicht mehr von der Jisrael-Semem von Trumetmeya und mit uns erhebt, dass man Päris-Schwie ist. Und auf dem hat der Bishim gesagt, mit Fere-Shamati also, in der Surya, muss man ja reuzt werden, aber in der Schwiebeln ist er nicht. Ich komme zuerst, also da, wie Kuch, dann kam er mit der Bishim, nach heute, zu mir gar reuzt werden, mit Päris-Schwie ist und Trumetmeya zu Surya. Zu gut so taumt sich er nicht. Und der Bishim sagt Tussoye, muss man ja. So, die Gimorre, haben wir in der Memeileu geblieben. Und das ist das Da bin ich ein von dem Kiddusha 2, im Mai 10. B'shema 9, wenn wir gleich in Peres von Schwieznachach, Ad Ammono. Das ist ein Gebener Echert, was der Geburt von Oehle Mitzrayim. Und was sagt, ich denke, ich bin jetzt nicht so, kommt das andere Bibliothe, Tomas, nicht nachher uns in Peres zu Surya, aber Kiddusha Surya noch wenig wie der Schettach, und Gzivah Ammona. Äh, los, nicht nachher uns noch Gzivah. Jetzt, ja, es ist eine Bibliothe, die ich denke, bei B'shema 9, in der Bibliothek, ist, kommt, zäh, kogt, es ist von dort, und es ist ein Gebener Echert, und wir hatten mit ein Gericht, und wir hatten eine Gericht war, das war der Gericht, was sein, Schiet wurde also einschümmelt, unter der Bibliothek, und Gzivah, und T-M-Echert, ja, das ist eine Gericht, und Gzivah Kondosch, dass Gzivah, mit einem Gericht, das ist natürlich ein Problem, und wir reden nicht so, dass er nicht so, sondern es ist eine Gericht. Also, wenn man sagt, dann die Gericht, die Gericht, Surya Surya und Gzivah, und Gz clicker, das heißt, die Gericht sitzen, und Gz different, Die Bibel, die Bibel, die Bibel. Die Bibel, die Bibel, die Bibel, die Bibel. Die Bibel, die Bibel, die Bibel, die Bibel. 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 Die Bibel, die Bibel. Die Bibel, die Bibel, die Bibel. Die Bibel, die Bibel, die Bibel. Die Bibel, die Bibel. Die Bibel, die Bibel. Die Bibel. Die Bibel, die Bibel. Die Bibel. Die Bibel. Die Bibel, die Bibel. Die Bibel. Die Bibel.